Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zum neuen Wochenlicht, diesmal für die Woche 31. Die geht vom 31.07. bis zum 16.08. Ja, lasst uns mal hineinschauen in die Energien für diese Woche. Es sind neue Kartendecks, aber es sind nicht die, die ich in den Monatslegungen verwende, da ich die dort gerade noch brauche und noch nicht hier einsetzen kann. Dann nehme ich jetzt hier, ja, Art verwandte Decks, beziehungsweise die, die einfach zur Löwe-Energie auch passen zum Monat vor allem. Und ja, schauen wir mit denen hinein in die Wochenenergien, schauen, was uns erwartet, was uns aufgegeben ist an, ja, auch an Energie, an Auftrag vielleicht. Ja, schauen wir hinein hier mit dem Bestimmungstecks, was sich da zeigt. Ja, wir haben diese Woche, das vielleicht nochmal mit dazu, doch auch einige interessante Energie. Wir haben ja gleich am Dienstag den Vollmond, Vollmond im Wassermann. Das bringt interessante Energie, ja, vielleicht so ein Stück weit befreiende Energie. Eine, die uns durchaus auf unseren Weg bringen kann, unsere Bestimmung. Und dann haben wir auch noch einen Brutaltag am 5.8. Ja, und schauen wir mal, was sich hier jetzt zeigt für diese Zeit. Das Kind einer Priesterin ist gesegnet. Der Zugang zu den geistigen Welten liegt dir im Blut. Ja, ist das vielleicht eine sehr spirituelle Woche tatsächlich auch, ja. Ja, sehr mittig in der Löwe-Energie-Zeit. Und wir haben die 38 zusammengenommen, es ist die 11. Geht es vielleicht tatsächlich auch um Selbstmeisterung, ne, um den eigenen spirituellen Weg. Spiritualität im engeren wie im weiteren Sinne. Ne, also etwas, was dir ganz liegt, was dir aufgegeben ist von der göttlichen, geistigen Welt. Ja, kann es ein bestimmtes Projekt sein, ne, mit Kind. Ist ein, ja, und mit dieser schwangeren Dame, die so ein bisschen an die Herrscherin erinnert, ist natürlich durchaus angezeigt, dass wir mit etwas schwanger gehen könnten. Etwas in Planung ist, etwas in Vorbereitung. Und, ja, eben noch so ein bisschen Zeit braucht für die Reifung, bis es, ja, zu Tage treten kann, bis es ganz lebensfähig ist, ja. Aber es ist ein gesegnetes Projekt, ne. Ein, etwas, ja, was wirklich unter Schutz ist, was dir anvertraut ist, was ganz dein eigen ist, ja. Ja, und, ja, wo du einfach auch wirklich intensiven Austausch mit der göttlichen, geistigen Welt hast, ja, dir das im Blut liegt. Ja, also, unterschätze diese Verbindung nicht. Ja, sie nährt dich, ne, in einer sehr mütterlichen Art und Weise, ja. Ja, sie lässt dich deine Zeit einfach auch haben und nutzen und besonders gestalten, ja. Natürlich, wenn es um dein Kind geht diese Woche, ähm, auch das ist sehr geschützt und gesegnet. Und vielleicht, ja, gehst du tatsächlich schwanger mit einem Kind, ja, dann sei da einfach auch wohlbehütet und, ja, wisse einfach, dass du unter dem Schutz gehst, ja. Aber, wie gesagt, das kann auch alles mögliche andere sein, was dir eben sehr am Herzen liegt, ja, was dir anvertraut ist. Ja, schauen wir weiter. Was haben wir im Lennomau? Schauen wir erst mal da. Ja, ich lasse die Karten die Woche über liegen und, ähm, damit einfach auch die Unterseiten erhalten bleiben, beziehungsweise die Reihenfolge der Karten. Von daher kann ich die anderen Decks noch nicht nutzen und, ja, ist das auch okay so. Und haben wir hier dafür einfach auch, auch dafür glückliche Energie. Ja, die Sonne. Ja, eine wunderbare, vielleicht auch sehr sonnige Woche. Das kann auch sein, tatsächlich vom Wetter her. Aber auch eine sehr glückliche, harmonische, ähm, erfolgreiche Woche. Ähm, steht hier bevor. Dürfen wir angehen. Vielleicht kommt auch etwas ans Licht. Ähm, ja. Tatsächlich erblickt vielleicht auch ein Kind das Licht der Welt. Oder eben kommst du mit deiner Herzenssache, ähm, heraus. Ja. Ja, und, ja, auch in Erfolg, ne, ja, kommt auch ans Licht, ne, was da ans Licht kommen soll. Den Botschaften, bestimmte Botschaften vielleicht einfach auch, ähm, im Miteinander, im, ähm, ja, von dem, was dir an Gabe mit anvertraut ist, aufgegeben ist. Ja, ja, vielleicht ein Stück weit Heilungsenergie auch, ja, äh, dass du da auch deine Gesundheit sozusagen wieder auf Vordermann bringst, ja. Ja, wieder hier in Stärkung und Energie kommst, ne. Ja, aber fließt auch die Energie, wie gesagt, sehr stark, ja. Also, Sonne steht für wirklich sehr viel starke Energie, vielleicht auch für manches, was einleuchtet, eben, was dir an Botschaft zukommt, von der göttlichen, geistigen Welt her. Schauen wir beim Tarot. Hier haben wir das Schubfengel-Tarot. Was ist da mitgegeben? Ja, sehr passend, Intuition und Einsicht mit der 18 hier, das entspricht dem Mond. Ja, deine intuitiven Fähigkeiten sind jetzt sehr akkurat. Daher kannst du deiner Führung vertrauen, dir die adäquate Richtung zu zeigen. Folge deinen eigenen Einsichten, anstatt dem Rat anderer Personen und erlaube weder Angst noch Sorgen, deinen Weg zu lenken. Vielleicht ist es am besten, wenn du in dieser Zeit deine Geheimnisse für dich behältst, bevor du sie ans Licht bringst, ja, bevor sie dann reif sind, ähm, zur Welt kommen können, ja. Ja, ja, das können natürlich einfach auch, ähm, nicht nur Projekte sein, die du vorhast, beziehungsweise Projekte können natürlich einfach auch sein vielleicht, ja, dass du gern Nachwuchs möchtest oder, ja, dass du schwanger bist und da noch ein bisschen vorsichtig bist, ähm, das auszuplaudern. Ja, vielleicht sind es eben tatsächlich auch bestimmte Vorhaben, vielleicht auch zum Beispiel ein Umzug oder, ähm, ja, ein Richtungswechsel, vielleicht auch in persönlicher Entwicklung, im beruflichen, ja, du spürst, ne, du spürst das ganz deutlich, äh, wo es für dich hingeht, ne, auch wenn es eben noch so eine gewisse Zeit braucht, bis sich alles ganz klar geordnet hat und zeigt, ja. Bleib da eben auch geduldig und geh auch immer wieder in Austausch mit der göttlichen, geistigen Welt, die, ja, eben über die Intuition, Kommunikation mit dir hält, ja, Austausch und dich da schützt und führt und leitet. Ja, ja, schauen wir noch, was haben wir hier bei den Wünschen als Impuls, das Wunschkraft-Orakel. Ja, das ist echt so passend zueinander, oder? Magic Eggs, die magischen Eier. Beginning something is exciting. Ja, etwas zu beginnen ist spannend. Ja, da scheint, vielleicht beginnst du diese Woche einen neuen Job, oder, ähm, ja, wie gesagt, startest in einer neuen Lebensumgebung, ähm, ja, mit einem Kind, startest in die Schwangerschaft, äh, egal ob nun als Mann oder Frau, ne, das wird ja dann hoffentlich auch voneinander, äh, Wissen sein, ja, um die Schwangerschaft, ja, aber egal, was du beginnst, ja, vielleicht hast du dir auch etwas Bestimmtes vorgenommen, ja, etwas mehr, für mehr Energie, eigene Energie zu tun, und, ja, vielleicht einen Sport zu beginnen, oder eben ein etwas musisches, kreatives, ja, vielleicht auch etwas Ehrenamtliches, wie auch immer, ja, es ist gesegnet, und, ja, es darf aber eben auch noch so ein ganzes Stück weit ausgebrütet werden, ne, äh, natürlich, es muss sich kennengelernt werden, es muss sich an den neuen Lebensumstand, neue Lebensumfeld gewöhnt werden, und das braucht seine Zeit, aber es ist geführt, geschützt, und gesegnet, das ist doch schon mal toll, ja, da wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, äh, vielleicht nachher die Unterseite, verstehe, das Lernen, Leben, und das Wissen, Macht bedeutet, werde dir deiner Macht bewusst, und nutze sie, um Frieden herbeizuführen, ja, und da bekommt das Ganze nochmal eine sehr weite Dimension, ja, dürfen wir, ja, durchaus auch, ja, um Frieden bitten, ja, gerade wenn uns das in diesen Tagen, denke ich, doch allen sehr am Herzen gelegen ist, ja, und, ja, ein Stück weit Liebesenergie hinaus in die Welt schicken, ja, damit da, ja, einfach auch sonnigere, klarere Energie, herzlichere, wärmere Energie im Miteinander, ja, sich aufbauen kann, ja, alles Liebe dafür, und dann gern bis zu den Tageslichtern, seid dabei, ja, ich freue mich auf euch, bis dahin, alles Liebe, eure Tara von Taro Renbo. Vielen Dank.